Es klingt fast unglaublich, aber am 1. Mai wird es in Deutschland wärmer als in Spanien. Also in Stuttgart ist es wärmer als in Sevilla und auch in Frankreich und in weiten Teilen Italiens ist es kälter als in Deutschland. Woran liegt das? Naja, schauen wir uns den Temperaturtrend an und hier sehen wir eine richtige Temperaturexplosion, eine Temperaturblase, die da auf uns zukommt, eine Wärmeblase. Das geht so ab Freitag los, dann geht es steil nach oben mit den Temperaturen am Wochenende schon und das steigert sich dann bis zum 1. Mai hin. Das sehen wir auch hier in den Temperaturabweichungen am Donnerstag immer noch kalt und immer noch frostig und so weiter. Aber dann kommt die Wärme aus Süden bzw. aus Südosten. Ja, dann kommen wir mal zu den spannenden Zahlen, also wie warm wird es denn wirklich? Am Wochenende haben wir so Maximalwerte von 20 Grad zu erwarten, am Samstag, am Sonntag schon ein bisschen weiter drüber. Im Osten ist es auch grundsätzlich ein kleines bisschen wärmer als im Westen. Ich habe auch nochmal Regen dazu reingemacht, viel Regen ist es nicht, es kann aber ein bisschen was kommen, insbesondere mal am Montag. Ja, und dann gehen wir mal auf den 1. Mai und da sehen wir Sommertemperaturen im ganzen Land. Aber gleichzeitig auch schon wieder so ein bisschen Gewitterneigung im Westen, also da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Aber nichtsdestotrotz, der Mai startet sehr, sehr schön. Ja, und wenn man sich jetzt mal diese Feiertagswoche anguckt, dann wird wahrscheinlich die zweite Wochenhälfte besser ausfallen als die erste. Wobei die erste auch schon ziemlich gut ist im Vergleich zu jetzt. Also, mit dem Wetter geht es bergauf, zumindest mal mit den Temperaturen. Die besten Feiertagen für Ihren Ort finden Sie auf dem weiteren Kommen.